Hallo ihr Lieben und schon wieder einmal sage ich herzlich Willkommen. In meinem heutigen Video geht es um ein ganz anderes Thema. Wir werden zwar auch etwas nähen, wie die meisten von mir wissen, dass ich gerne Nähvideos mache, aber eigentlich ist es so ein kleiner Tipp von mir für eine Änderung und zwar geht es heute um Overknee Stiefel. Ja, meine bessere Hälfte hat mir vor einiger Zeit, ich denke es sind schon drei oder vier Jahre her, ein paar wunderschöne Overknee Stiefel geschenkt. Aber um ehrlich zu sein, eigentlich könnte ich die fast als Hose anziehen, weil die so hoch sind, weil die so lang sind oder sollte ich lieber sagen, meine Beine sind ganz einfach dafür zu kurz. Aber der eigentliche Schuh gefällt mir so gut und dadurch, dass es kein echtes Leder ist, kann ich da wunderschön eine Änderung dran vornehmen, denn ich kann es gut mit meiner Nähmaschine nähen und genau das möchte ich euch jetzt zeigen, wie ich diese Änderung vornehme, damit ich endlich diesen wunderschönen Stiefel tragen werde. Okay, ich zeige euch ganz genau, um was es jetzt hier geht. Um diesen Stiefel jetzt zu kürzen, muss ich natürlich zuallererst entscheiden, wie hoch soll mein Overknee Stiefel jetzt gehen, denn Overknee ist auch nicht gleich Overknee, das könnt ihr alleine jetzt an meinen beiden Beispielen, an meinen anderen Schuhen hier sehen, die ich habe. Auch da ist wieder ein ganz großer Unterschied. Und deshalb habe ich die nun erstmal anprobiert, habe mir zuerst diesen mal beigenommen und ich halte dann nicht die Sohle aneinander, um das festzulegen, sondern da, wo mein Fuß hier wirklich meine Ferse beginnt und das muss man natürlich auch nur ganz grob machen. Das heißt, bei diesem schwarzen Wildlederstiefel hier müsste ich ungefähr bis dahin schneiden. Das ist auch leicht schräg gemacht, auch mit dem anderen Material, aber das ist ein echt Lederstiefel, also kann man jetzt mit dem hier gar nicht so vergleichen. Außerdem, egal, wenn man da was anderes anbringen möchte, es muss ja irgendwie passen und da ist es gar nicht so einfach, da was Schönes, Passendes für diesen Stiefel zu finden. Also habe ich diesen blauen Jeansstiefel jetzt anprobiert und diese Höhe gefällt mir eigentlich sehr gut. Das heißt, für meine Höhe, die ich nun abschneiden werde, gehe ich wieder hier von meiner Fersenhöhe aus, denn ihr seht, auch dieser Absatz ist ja um 6-7 mm höher, denn das darf ich natürlich nicht von unten her messen. Ja, und genau so in dieser Höhe plus 1 cm Nahtzugabe ruhig noch oder ich messe auch nochmal, vielleicht bleibe ich auch so 2 cm drüber, aber da werde ich das jetzt auf alle Fälle abschneiden. Das heißt, der kann wieder weg, der hat seinen Zweck zum Messen jetzt schon gedient. So, ihr könnt sehen, ich habe das jetzt mir mal ganz locker hier hingelegt, um ungefähr diese Höhe zu bekommen. Nun, wenn ich das ganz genau gerade schneiden möchte oder würde, dann würde ich das im rechten Winkel hier an diese vordere Mitte vom Stiefel anlegen. Aber wenn man sich Stiefel genau anschaut, sieht man bei vielen, dass sie nach hinten hin, und das ist ja hinten, meine hintere Mitte, dass sie da eher etwas kürzer werden. Beziehungsweise bei manchen, wie auch jetzt hier bei meinem Wildlederstiefel, könnt ihr sogar sehen, dass der sogar extrem nach hinten abfällt. Und ich denke, das sieht auch ein bisschen schöner aus, wenn man den nicht ganz gerade schneidet. Das heißt, ich habe ja gesagt, das soll meine Höhe werden. Und wenn ich nun meinen rechten Winkel ganz einfach hier ein bisschen so weg kippe und keinen rechten Winkel mehr habe, könnt ihr auch hier an dieser Höhe sehen, dass dann automatisch mein Stiefel hinten minimal kürzer wird, so wie ich das hier schneiden werde. Und da kann man auch gerne nochmal nachmessen. Und jetzt habe ich hier vorne so 19,5 ungefähr. Und hier habe ich 21,5, 22 fast im hinteren Bereich. Das heißt, ich gehe jetzt sicher, dass ich mir den wirklich nach hinten etwas abschräge, beziehungsweise um einiges da kürzer mache. Und genau so möchte ich das eigentlich haben. Und ich markiere mir das und schneide mir den mit viel Mut einfach einmal ab. Jetzt ist das Ganze gelaufen. Jetzt nehmen wir uns den anderen Stiefel dazu. Und jetzt lege ich mir dieses abgeschnittene Teil ganz genau einmal hier drauf. Und dadurch, dass ich jetzt festgestellt habe, dass der minimal anders im Bruch wahrscheinlich im Karton gelegen hat, schiebe ich mir das erst so zurecht, dass ich auch hier wieder sehe, dass das ziemlich gleich ist von dieser Naht, die hier oben auch war. Schiebe mir das also so lange hin und her, bis ich sehe, diese Naht ist ungefähr in der gleichen Position wieder wie diese. So auf einen Millimeter kommt es nicht drauf an. Aber ihr seht schon, ich habe das hier um einiges hier rüber geschoben. Und jetzt beschwere ich mir das ganz einfach ein wenig und schneide mir das ganz genauso in der gleichen Position ab. Voila! Beide Beine sind jetzt gekürzt, nach hinten minimal abgeschrägt. Und nun nehme ich dieses Teil und lege es mir auf den anderen drauf und das vom erst abgeschnittenen kommt hier dran. Denn meine Idee ist, dass ich mir hier einen Umschlag machen möchte. Und dadurch, dass ich ja hier ganz genau die gleiche Weite habe, weil das ist ja mein Schnitt, kann ich das wunderbar jetzt verändern. Natürlich muss ich die Nähte aufeinander bringen und ich werde das auch nicht komplett als Umschlag lassen. Das ist ja viel zu viel. Und wenn ich mir dieses Teil jetzt einfach mal hier drüber stülpe, also den Stiefel reinschiebe, und jetzt hatte ich ja diese Nähte gehabt, die muss ich genau wieder aufeinander bringen, um das zusammenzunähen. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann das als Naht machen, sodass meine Naht dann hier drin liegt. Oder ich könnte es hier knapp zusammennähen und mir von dem, was ich hier abschneiden werde, denn wie gesagt, ich will ja nicht so einen langen Umschlag da drauf haben, könnte ich mir einen Streifen schneiden, um das einzufassen. Also das muss man dann überlegen, wenn man das macht, aber ich werde eine Naht machen, die dann schön rollen soll. Aber nun werde ich ihn zuerst anprobieren, und zwar genau diesen, um zu sehen, ob mir das hier in der Weite eng genug ist. Denn ihr habt es vielleicht im Vorfeld gesehen, dass der Stiefel an meinem Bein ziemlich weit ist. Und vielleicht möchte ich ihn in dem Bereich minimal enger machen. Und bei diesem habe ich ja die Möglichkeit, die Naht aufzumachen und es mit der Naht enger zu machen. Also auch da haben wir wieder zig Möglichkeiten, um diesen Stiefel abzuändern. Also probiere ich erst mal an, um zu sehen, ob meine Weite stimmt. Und beim Anprobieren habe ich jetzt gesehen, dass ich da noch eine wesentlich größere Veränderung machen werde, wie ursprünglich geplant war. Denn ihr könnt sehen, der hat hier eine sehr große Wade reingearbeitet. Und so eine große Wade habe ich nun mal nicht. Und es sieht jetzt, wo der kürzer ist, eigentlich noch komischer aus, mit dieser ganzen Weite in dem Stiefel drin. Das heißt, ich werde jetzt diese Naht mir auftrennen, beziehungsweise aufschneiden. Denn insgesamt werde ich hier gute zwei Zentimeter insgesamt wegnehmen, wenn nicht sogar drei. Und zwar bis hier runter, ungefähr auf Höhe von meinem Reißverschluss. Also schneide ich das auf, trenne noch die Naht ein bisschen gut auf, damit ich da gut reinkomme. Und dann kann ich mir den für den Beginn erst hier rumdrehen, wenn ich will. Und da wunderschön meine Naht nähen. Und ihr seht, das geht wunderbar, Mann. Aber ich muss es erst trennen, wie gesagt, bevor ich dann diese Naht neu zusammennähe. Und nun kann ich immer noch, obwohl ich jetzt hier schon diese Naht so weit weggeschnitten habe, und habe auch diese Stepptür hier unten ein bisschen weiter schon aufgetrennt, nun kann ich immer noch sehen, dass mir hier eine unwahrscheinliche Wadenrundung eingearbeitet worden ist. Deshalb werde ich jetzt nochmal hier einen halben Zentimeter wegnehmen und mir das wirklich hier nach unten hin so ausgleichen. Man kann gerne jetzt auch mal die Wade messen am Bein, um zu sehen, das kommt jetzt so hin, wie ich das gerne für mein Bein hätte. Denn nun ziehe ich mir das Ganze auf die linke Seite rum. Und das bietet sich an durch die Reißverschlussöffnung. Ansonsten, wenn man ein sehr, sehr weiches Material hat, kann man auch direkt hier in der Ecke anfangen und langsam nach oben steppen. Aber hier, wie gesagt, bietet es sich das sehr gut mit dem Reißverschluss an. Also machen wir den auf. Und hier könnt ihr sehen, da habe ich schon weiter aufgetrennt. Denn nun lege ich mir den einfach so unter die Maschine und fange hier mit einer leichten Schräge an und nähe mir hier meinen Stiefel wieder zu. Und nun seht ihr hier meine neue hintere Mitte. Es ging wirklich ziemlich leicht, diese Naht selbst beidseitig jetzt hier zu übersteppen, wie ihr sehen könnt. Die habe ich also auseinandergelegt und die ist fertig und zum Vergleich. Obwohl ich diesen Stiefel jetzt auch schon aufgeschnitten habe, aber ja noch nichts weggenäht habe, wenn ich das zum Vergleich mal aufeinander lege, könnt ihr sehen, um wie viel ich jetzt wirklich meinen Beinbereich hier wesentlich enger gemacht habe. Aber zuerst möchte ich mir diesen Überfall, den ich ja hier drauf arbeiten möchte, zuschneiden. Und da habe ich jetzt schon gemessen, dass ich den auf 16 cm schneiden werde. Und zwar, indem ich diese ursprüngliche obere Kante abschneide. Das heißt, hier ist meine 16 cm, die ich nun hier abschneiden werde. Das heißt, von der Schnittkante, die ich habe, messe ich mir meine 16 cm runter. Sollte aus irgendeinem Grund der Überschlag dann zu groß wirken, kann ich das im Nachhinein immer noch mal verändern. Aber jetzt momentan mache ich das wirklich erst so, dass ich mir beide ganz genau auf diese 16 cm abschneiden werde. Aber aufgrund dessen, weil ich mir ja diesen Teil hier drauf nähen möchte, ist natürlich jetzt mein abgeschnittenes Teil auch noch viel zu weit. Das heißt, die einfachste Lösung ist jetzt, dass ich mir auch diese beiden Nähte, die ich hier habe, dass ich die einfach abschneide. Ist viel schneller gemacht als aufgetrennt. Und nähe mir diese beiden Nähte wieder zusammen, genau auf die Weite, wie jetzt hier mein Stiefel im oberen Bereich ist. Und dann schlage ich mir einfach diesen Saum auf der Breite um, wie ich ihn haben möchte. Und dann habe ich meinen Überschlag und ich habe komplett meinen so wahnsinnig hohen Obernähstiefel gekürzt. Gut, und ihr konntet ja sehen, dass ich zwei Nähte in dem Stiefel drin habe. Die eine habe ich jetzt auch schon übersteppt, die andere hier nur zusammengenäht. Aber die werden wir natürlich auch noch beidseitig steppen. Das heißt, die Naht wird auseinandergelegt. Vor und zurück nähen ist jetzt nicht unbedingt notwendig. Und ich lege sie mir unten drunter auseinander und steppe beidseitig bei der auseinandergelegten Naht einmal knapp ab, damit die wirklich schön liegen bleibt. Denn genau das Gleiche hatte ich ja jetzt hier auch schon bei meiner hinteren Naht, wo ich die Verengung gemacht habe, gemacht. Und jetzt ist es am einfachsten, wenn ihr euch entschieden habt, wie lang soll nun das Ganze sein. Das ist ja meine fertige Länge, wie ich gesagt habe. Und nun kann ich mir das auf meine gewünschte Länge umschlagen und auch hier jetzt einmal diese Länge mir ganz genau durchsteppen. Und wenn ihr euch das schieben solltet, dann denkt dran, dann nehmt ihr eine Schablone bei. Ansonsten geht das auch, wenn ihr einen guten Transport habt. Ich habe ja gerade ein Video gemacht, wo es darum ging, soll man mit einem Obertransport arbeiten, mit einem Füßchen zum Beispiel, das extra dafür gedacht ist. Oder wie gesagt, ihr nehmt euch eine Schablone bei und auch dann schiebt das nicht mehr. Also einfach einmal durchsteppen auf eure gewünschte Länge. Nun nehme ich dieses fertige obere Teil, wie ich es geplant habe, dass es mir überfallen soll und nehme es links auf rechts. Ich habe das jetzt hier reingeschoben. Hier könnt ihr sehen, waren ja meine beiden Nähte ursprünglich. Und wenn wir ziemlich genau gearbeitet haben, dann kommen diese Nähte auch einigermaßen wieder aufeinander. Und wo ich nun mit Nähen anfange, ist eigentlich ziemlich egal. Ich mache mir meine Nahtbreite, wie ich es geplant habe, halte mir das gleich mal so auf Gesamtlänge, um zu sehen, ob ich da gut mit hinkomme, damit ich nichts überstehen habe, in keinem Bereich und immer wieder auf Gesamtlänge gucken. Ganz wichtig. Und schön alles Kanten gleichlegen. Und da kommen wir wieder zu unserem Anfall, wo wir angefangen haben. Nun ziehe ich mir dieses Teilchen raus. Und ihr seht schon, dann klappt es so weit drüber. Aber nun werde ich mir das hier noch übersteppen. Diese Naht noch übersteppen. Und nun überlege ich mir, auf welcher Seite ich übersteppen möchte. Ihr wisst, ich spreche sehr oft von diesem sogenannten Gegensteppen. Und normalerweise passiert das Gegensteppen auf der Futterseite. Denn das wäre ja jetzt Innenbereich, Futterseite, das ist ja oben rechts. Aber dadurch, dass das ja ein relativ hartes Material ist, sage ich mal, möchte ich, dass mir die Naht nach oben liegen bleibt. Nämlich in diesen Umschlag hinein. Und deshalb werde ich es hier auf dem Umschlag jetzt durchsteppen. Und nicht auf dem Futter. Weil mir dann mein Stiefel so innen liegen bleibt. Und mir kann dann niemals dieser Innenbereich rausschauen. Würde bei der anderen Variante auch nicht. Aber mir gefällt das jetzt so besser. Also das schaut man sich an. Dann bei diesem. Das könnt ihr jetzt schlecht sehen. Die Kamera ist auf der falschen Seite. Aber das ist ja jetzt auch ziemlich egal. Ihr wisst ja, was ich meine. Das heißt, ich öffne mir das hier so ein bisschen. und steppe jetzt hier meinen Stiefel auf dem Beleg, auf dem Umschlag, den ich da habe, einmal um. Und nun schlagen wir diesen Umschlag wirklich rum. Und ihr könnt sehen, was ich meine. Dadurch, dass die Naht jetzt hier nach oben drin liegt, sieht mein Umschlag jetzt ganz genau so aus. Hier seht ihr die Nahtverläufe, die genau passen. und mein Stiefel ist damit fertig. Ja ihr Lieben, damit bin ich wieder mal am Ende eines meiner Tipps und Anregungen gekommen. Und vielleicht habt ihr ja auch solche Boots beziehungsweise man kann das auch mit gewissen Strümpfen machen. Das jetzt nur mal so ganz, ganz nebenbei, die man so abändern kann, dass man so wunderschöne Stulpen da drauf hat und sich dadurch mal was ganz anderes selber kreiert für seine Ideen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Danke für euer Dasein. Bleibt gesund. Bleibt mir treu. Denn ihr wisst ja, dann tue ich das wahrscheinlich auch. Bis bald mal wieder. Tschüss. Eure Lilo. Dasein九 Vielen Dank.